Die Zeit wird kurz, kurzweile, wenn jeder Moment gut so ist, wie er ist und es keines Vorher und keines Nachher bedarf. Die Zeit wird langweilig, wenn man nichts mit sich anzufangen weiß, wenn man Angst davor hat, den Tag herumzubringen, denn was soll man tun und wozu und weswegen und wofür? Und das ist eben das Verpassen der immanenz Augenblicklichkeit.